Hör auf dein Herz Die Beschwerden beim Vorflimmern, die sind typischerweise von Mensch zu Mensch höchst unterschiedlich ausgeprägt. Und so gibt es viele Menschen, die diese Herzrhythmusstörung überhaupt gar nicht bemerken. Und da kann es dann so sein, dass im schlimmsten Fall diese Herzrhythmusstörung erst im Rahmen einer aufgetretenen Komplikation, wie zum Beispiel einem Schlaganfall, auffällt. Es kann aber auch sein, dass die Patienten einen deutlichen Leidensdruck verspüren und dann über Symptome wie Herzrasen, Herzstolpern, Luftnot, Druck auf der Brust, Angst und Unruhegefühl klagen. Häufig ist aber auch so, dass ganz unspezifische diffuse Beschwerden vorliegen, wie zum Beispiel einfach nur ein Leistungsknick, Müdigkeit und Abgeschlagenheit und dass man das dann überhaupt gar nicht mit einer Herzrhythmusstörung zunächst in Verbindung bringt. Viel wichtiger als diese unterschiedlich stark ausgeprägten Beschwerden beim Vorflimmern sind aber die möglichen Komplikationen des Vorflimmerns. Zum einen ist es ja so, dass durch die flimmernden Herzvorhöfe die Herzvorhöfe ja gar nicht mehr aktiv Blut aus den Vorhöfen in die Herzkammern transportieren, also pumpen können. Und dadurch nimmt man an, dass die Gesamtherzleistung um 15 bis 20 Prozent reduziert wird. Am gesunden Herzen fällt das nicht ins Gewicht und man verspürt das gar nicht groß, aber wenn bereits eine Herzschwäche vorliegt, dann kann ein neu aufgetretenes Vorflimmern dazu führen, dass eine bis dato noch kompensierte, also noch ausbalancierte Herzschwäche dann aus dem Ruder läuft, man sagt auch dekompensiert, und die Patienten dann mit Wasser in den Beinen und Wasser in der Lunge im Rahmen einer sogenannten dekompensierten Herzinfizienz in ein Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Die wichtigste und entscheidendste Komplikation des Vorflimmerns ist aber der durch Vorflimmern durch eine in den flimmernden Vorhöfen bedingte Grinsebildung hervorgerufene Schlaganfall. Und wie wir uns vor dieser entscheidendsten und schlimmsten Komplikation des Vorflimmerns schützen können, das schauen wir uns mal in den nachfolgenden Videos genauer an. Vielen Dank.